Die Antwort ist da. Gesucht wird die Frage. Ein Porträt dieses spanischen Königs von Tizian wurde 1987 aus einem argentinischen Museum gestohlen. Die Frage lautet, wer ist Philipp II.? Auch wenn sie in dieser Frage scheiterte, im Jahr 2011 wurde sie berühmt. Watson, die Software von IBM. Sie gewann die Quizshow Jeopardy gegen die zwei besten Spieler der USA. Um die Antworten zu entschlüsseln, musste Watson ihren Sinn erfassen und eine enorme Datenanalyse durchführen. Watson nutzte dafür KI-Algorithmen der natürlichen Sprachverarbeitung und enzyklopädische Datenbanken. Watson lief auf einem Rechnerverbund aus 90 Servern mit einer Rechenleistung von insgesamt 80 Teraflops. Das Programm führte rund 80 Billionen Rechenoperationen pro Sekunde aus, was aber an die Rechenpower heutiger Supercomputer kaum heranreicht. Der internationale Wettkampf dreht sich heute um Exaflops, um Trillionen von Rechenoperationen pro Sekunde. Solche Exaflops werden gebraucht für Spitzenforschung in der militärischen Aufklärung bei der Abwehr von Cyberangriffen. Mit Supercomputern werden Flugzeugturbinen verbessert, das Wetter vorhergesagt die Auswirkungen von Erdbeben berechnet oder Prognosen für den Klimawandel erstellt. Supercomputer wenden dabei KI und Machine Learning an. Ihr Spielfeld sind Simulationen von komplexen Systemen mit einer Vielzahl an Variablen. Je größer die Rechenleistung, desto genauer ist die Vorhersage. Der globale Wettbewerb um den besten Hochleistungsrechner ist ein Kampf um die exakte Prognose der Zukunft. An ihr hängen politische, militärische und ökonomische Entscheidungen. Die Top Ten der Supercomputer wird von Amerikanern und Chinesen dominiert. Mit seiner theoretischen Spitzenleistung im Petaflop, das heißt im Billiardenbereich, hat der Supermuck NG am Leibniz Rechenzentrum in Garching bei München inzwischen Platz 8 der Rangliste erobert. Die Frage lautet 26?